Musik 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 Beide gefährlich. Ah, der Ball ist noch im Spiel. Kein Tor. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Mbappé nach diesem Steilpass. Die Chance. BG mit dem Tor. Kingsley, komm an. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Mbappé mit dem Pass. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. Drei Tore. Eine Weltklasseleistung. Jungs? Drei Tore.